Hallo und herzlich willkommen bei Folge 56 des Podcasts Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska. Ich arbeite seit gut elf Jahren als systemischer Coach in Regensburg und unterstütze Menschen dabei, ihren Herausforderungen mit möglichst viel Klarheit, Selbstbewusstsein und Gelassenheit zu begegnen. In diesem Podcast gibt es immer im Wechsel ein Mutmachgespräch und eine Erklärbeerfolge. In den Mutmachgesprächen habe ich Gäste, die mir von verschiedenen Krisen aus ihrem Leben berichten und dann vor allem davon erzählen, was ihnen dabei geholfen hat, diese Krisen zu meistern und an ihnen zu wachsen. In den dazugehörigen Erklärbeerfolgen suchen meine Freundin Sophie und ich dann ein, zwei Aspekte aus dem jeweiligen Gespräch heraus, beleuchten Hintergründe und vertiefen das Thema. Diese Folge ist wieder so eine Erklärbeerfolge und bezieht sich auf das Interview von letzter Woche mit Nadja. Nadja erzählte von der Herausforderung, Job und Mutterrolle zu vereinen und den eigenen Ansprüchen in jedem Bereich möglichst 100% zu geben. In dieser Folge greifen wir das Thema Ansprüche bzw. Erwartungen auf und zeigen euch, wie ihr mit solchen belastenden Gedanken umgehen könnt. Habt viel Spaß beim Anhören! Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zur heutigen Erklärbeerfolge. Mit mir sitzt Sophie wieder hier. Hallo! Und wir beziehen uns heute auf das Mutmachgespräch von letzter Woche mit der Nadja. Wundert euch nicht, wir lassen das vorgeplänkelt, Sophie hat es heute eigentlich. Wir sind heute sehr strukturiert. Wir haben es uns zumindest vorgenommen. Okay, pass auf. Mutmachgespräch mit der Nadja von letzter Woche. Was zugegebenermaßen ein bisschen anders gelaufen ist als geplant, weil es sehr viel gut gelaunter war, als ich dachte. Die Nadja hatte mir geschrieben nach dem Interview mit Christoph. Christoph hat aus seiner Sicht erzählt von beruflichem Leistungsdruck bzw. den Ansprüchen an sich selber. Und Nadja hat mir dann geschrieben und hat gemeint, hey, ich kenne das auch. Ich habe immer diese Ansprüche, alles im Beruf ganz hundertprozentig richtig zu machen, aber auch zu Hause mit den Kindern. Und diese Vereinbarkeit ist herausfordernd bis unmöglich, überall hundertprozentig zu geben. Und hat gemeint, kann man dazu nicht mal ein Gespräch machen. Und dann habe ich gemeint, kann man schon, will sie nicht selber. Dann haben wir dazu telefoniert und haben uns echt ausführlich über so einschränkende Gedanken unterhalten. Und als sie dann hier saß, schien die Sonne, sie kam gut gelaunt von zu Hause und hat dann ganz viel erzählt, was toll lief, was cool ist, weil das hatten wir im Gespräch auch. Es hat sie sich echt hart erarbeitet. Nur, es sind ein paar Gedanken, über die wir vorher schon gesprochen haben, hinten rüber gefallen. Die haben es nicht bis in den Podcast geschafft. Deswegen greifen wir das heute auf. Denn im Vergleich zu vielen anderen Gesprächen hat Nadja jetzt nicht die eine Krise beschrieben, die es in ihrem Leben auch gab. Darauf haben wir uns diesmal einfach nicht konzentriert. Also auch ihre Geschichte hat wie die allermeisten echt viel hergegeben, so an Tälern. Und wir haben uns absichtlich darauf konzentriert, auf die Alltagssachen. So das, was die meisten kennen, egal ob jetzt Eltern oder nicht, so Vereinbarkeit von verschiedenen Lebensbereichen. Ja, was ja auch mal cool ist. Also ich finde mal so ganz diese kleinen fiesen Spitzen, die man sich im Alltag immer so schön abholt, das ist ja auch mal gut, wenn wir das bearbeiten. War auch ein Wunsch von euch. Stimmt. Deswegen sehr, sehr cool, dass Nadja sich da getraut hat, das gleich selber zu machen. Und ja, sie hat im Prinzip beschrieben, wie es dann aussieht, wenn man da ist, wo man hin möchte. Ja. Gut. Dann, wie immer, erst mal Ball zu dir. Was ging dir so durch den Kopf beim Hören? Wir haben uns diesmal ja gar nicht groß drüber unterhalten. Es ist alles ein bisschen kurzfristig. Ja, ich fand es sehr spannend, ihr zuzuhören und fand es halt echt cool, wenn man so hört, wie es jetzt bei ihr läuft einfach und wie sie das mit den Kids macht. Also sie hat da echt einen coolen Umgang gefunden, finde ich. Wo ich selber für mich auch so im Hinterstübchen merken, merken, merken. Gute Idee. Oh ja, auch sehr spannend. Also ich habe mir da viel so im Hinterkopf quasi schon mal geparkt für wenn dann. Und ich habe schon auch gemerkt, dass da jetzt kein tiefes Tal, also so wie wir es sonst bei den Mutmachgesprächen haben, so das gab so diese eine oder wir die Leute erzählen von dieser einen Krise, aus der sie dann hoch sind. Aber immer so diese Spitzen, diese kleinen, fiesen Sätze so im Alltag. Und ich meine, das ist was, was glaube ich jeden von uns in welcher Form auch immer, also jetzt war es sehr bezogen auf dieses Mutter- und Familien- und Berufsthema, aber das gibt es ja in vielen Situationen. Nochmal für euch, falls ihr hier erst reinschaltet, mit fiesen Sätzen meinst du so Sachen wie in Nadjas Fall, ich bin keine gute Mutter, weil… Ja, genau. …das in den verschiedensten Varianten. Ja. Ja, oder wenn man in der Arbeit ist, ein schlechtes Gewissen haben, weil man doch jetzt nicht zu Hause für die Kinder da sein kann, wenn man zu Hause bei den Kindern ist, ein schlechtes Gewissen, weil man gedanklich noch in der Arbeit ist oder es da noch was zu klären gäbe und so weiter. Ja, genau. Also auch so Sachen, so eine gute Mutter sollte doch abends das Abendessen, also ich denke da so auch an meine Kindheit zurück, weil ich hatte ja auch eine vollberufstätige Mama die ganze Zeit. Und bei uns war das quasi total normal, dass mein Papa früher daheim war von der Arbeit und wir haben dann mit ihm zusammen quasi den Abendbrotstisch gedeckt und meine Mama kam dann dazu. Also so dieses Klassische, meine, die Mama oder die Mutter ist daheim und versorgt die Kinder, das gab es jetzt bei uns nämlich auch nicht. Deswegen, ich kenne diese Familienkonstellation halt auch aus der Kindersicht und mir hat da nie was gefehlt. Aber ich merke jetzt auch im Gespräch mit meiner Mama immer wieder, dass es für sie schon auch schwierig ist und war. War und ist immer noch. Also die, bei der hängt das noch so im Hinterkopf auch drin, ob sie da zu wenig Zeit für uns hatte. Weil einfach andere Ansprüche im Kopf sind. Ich hatte jetzt am Wochenende Weiber Workshop, also intern heißt der Weiber Workshop offiziell, hat einen anderen Namen. Und da hatten wir auch noch mal ganz viele so Klischees, so Rollenbilder und Erwartungen. Und auch das ist wieder ein Kurs, wo total emanzipierte, moderne, aufgeklärte, reflektierte Frauen drin sitzen. Und sobald die auch nur einen halben Schritt ins Unterbewusstsein gehen, kommt aber auch ein 50er-Jahre-Frauenbild, das ist faszinierend. Ja. Und das ist bei uns bei Heim genauso. Also wir sind eine sehr vom klassischen Rollenbild her sehr umgedrehte Familie. Also meine Mama hat immer voll gearbeitet, mein Papa hat auch gearbeitet, aber der, der quasi mehr gefühlt daheim war, war eher der Papa. Ja, aber trotzdem hängt das bei meiner Mama im Kopf. Und bei Nadja ist es ja genauso, dass jetzt, wo sie, naja, doch ziemlich Karriere macht, ne, ziemlich beruflich erfolgreich ist, ihr Mann sofort gesagt hat, okay, dann stecke ich zurück beruflich und kümmere mich mehr um die Kinder. Das heißt, auch die leben überhaupt nicht das klassische Modell und in den Köpfen arbeitet es aber trotzdem. Trotzdem, ja. Und da haben wir ja gesagt, lass uns das heute mal aufnehmen. Wir haben zu diesen Gedanken im Kopf, zu den kleinen Giftspritzen, die da manchmal so sitzen, schon mal eine Folge gemacht, die heißt, glaube ich, Gedanken sind Thesen oder so. Aber das ist fast ein bisschen verjährt, denn das war die zweite Folge, die wir überhaupt veröffentlicht haben. Wow. Das ist schon ein Stück her, deswegen schadet auch die Wiederholung nicht. Und wir werden heute deutlich konkreter werden, als wir das im ersten Mal gemacht haben. Ja, cool. Beim ersten Mal, nur so zur Erinnerung, ging es sehr darum, dass Gedanken oft als Wahrheit wahrgenommen werden. So, ich denke das, also stimmt das. Und man aber überprüfen kann, ob das denn tatsächlich ein Fakt ist oder nur eine Meinung, eine Interpretation oder wie wir es da genannt haben, Thesen, die man überprüfen kann und die können dann stimmen oder eben nicht. Das war sehr viel allgemeiner. Heute wollen wir es ein bisschen konkreter machen. Und ihr Lieben, wir beziehen uns nochmal auf dieses Mutterthema, einfach nur um die Folge aufzugreifen und ein Beispiel zu haben. Das geht aber mit jedem anderen Lebensbereich auch. Also ob ich jetzt im Kopf habe, eine gute Mutter ist oder eine gute Mutter sollte oder der perfekte Partner sollte, eine gute Chefin sollte, eine gute Tochter, ein guter Sohn, ein guter Vater, eine gute Schwester, ein guter Freund, bla bla. Es ist völlig egal. Wir haben überall unsere Erwartungen, Vorstellungen, Ansprüche, Kataloge dazu im Hirn. Wir machen es heute an einem Beispiel. Ihr könnt aber tatsächlich jeder andere Rolle einsetzen. Naja. Ich hänge mich deswegen auch ein bisschen an dem Mutterthema auf, einfach weil wir da jetzt ganz gut vorbereitet sind. Denn wir haben mal wieder unsere Podcast-Facebook-Gruppe genutzt und ich habe gefragt, beziehungsweise ich habe darum gebeten, dass bestimmte Sätze so schnell wie möglich beantwortet werden, ohne vorher eine große Analyse dazu zu machen, ohne das wochenlang zu durchdenken. Also so aus dem Bauch heraus, was fliegt als erstes durch den Kopf. Genau. Ich hau dir einen Satz hin und du beendest ihn spontan. Okay. Das könnten wir auch gleich machen. Das Erste, was dir einfällt, obwohl du eh drin bist im Thema. Aber das Erste ist, eine gute Mutter sollte? Ich habe es ja in der Facebook-Gruppe auch gelesen. Ach, du hast es gelesen? Ja, ja. Das Erste, was mir durch den Kopf gerauscht ist, und da spielt jetzt mein eigenes Thema mit rein, eine gute Mutter sollte eine Schwangerschaft halten können und am Ende ein Kind austragen. So früh fängst du an. Eine gute Mutter muss? Immer Zeit haben. Eine gute Mutter darf nicht? Ungeduldig werden. Eine berufstätige Mutter? Sollte auch immer Zeit haben für ihre Kinder oder für die Familie. Spannend, weil bis aufs Erste ist alles, was du gesagt hast, dabei gewesen bei den Antworten. Das war wieder sehr cool, weil sich echt viele beteiligt haben und da hatten wir eine schöne Kommentarspalte drunter. Am spannendsten für mich waren natürlich die Sachen, die immer wiedergekommen sind. Ja, genau. Mehrfach wiederholt hat sich zum Beispiel, eine gute Mutter sollte alles im Griff haben und eine gute Mutter sollte nie laut werden oder nicht laut sein. Das ist spannend, weil das kam mehrfach und da fände ich total interessant, ob das auch käme bei ein guter Vater sollte. oder ob das auch für euch, ihr Lieben, den Test haben wir jetzt nicht gemacht. Ich habe jetzt keine Geschlechterstudie daraus gemacht, obwohl es mich gejuckt hat in den Fingern. Wir haben einfach ein bisschen Beispiele gesammelt und ich weiß gar nicht, ob wir das in der ersten Gedankenfolge hatten, zumindest im Weiber Workshop fange ich damit ganz gern an, so diese Vorstellungen, eine Rolle gut auszufüllen. Das hat jeder im Kopf, das ist so ein Anspruch an sich selber und gleichzeitig, wenn ich aber dann nach außen gucke, was so an Reaktionen kommen kann, kannst du es eh nie richtig machen. Eine Frau, die keine Kinder will, die keinen Kinderwunsch hat, mit der stimmt doch irgendwas nicht. Die hat bestimmt nur noch nicht den richtigen Typ oder die kriegt sich schon noch ein. Die weiß das nur noch nicht. Genau. Jemand, der ein Kind hat, zieht so einen verzogenen Einzelfratz groß. Ekl. Zwei Kinder sind ja langweilig normal genormt. Ab drei sind wir bei Assi, Großfamilie. Ja, habt ihr keine anderen Hobbys? Ich spreche aus Erfahrung. Ja, und so geht es weiter. Wenn dann Mutter oder Vater arbeitet, also bleiben wir mal bei Mutter, arbeitet sie entweder nicht, dann passt es nicht, oder sie arbeitet zu viel, oder sie arbeitet zu wenig, oder sie arbeitet das Falsche. Also Leute, vergesst es, es richtig zu machen. Damit geht es schon los. Wenn ich beende, eine gute Mutter ist, sollte, bla bla, impliziere ich ja, es gäbe die eine gute Mutter und den einen Weg, es richtig zu machen. Ja, aber gibt es die dann nicht? Also ich kenne das so aus dem Freundeskreis. Ich habe da auch ein, zwei Freundinnen mit Kindern, ja. Und wenn ich die dann so höre oder wenn wir darüber reden und so, dann heißt es halt häufig, ja, von dem da, die Mama, die ist halt engagiert im Elternbeirat und macht dies und das und dann geht sie auch noch arbeiten. Also offensichtlich in deren Wahrnehmung gibt es diese perfekten Mütter. Ja, es gibt nur nicht die eine für jeden gleich. Natürlich hat jeder von uns eine Vorstellung von einem gewissen Ideal, geht ja gar nicht anders. Aber wenn ich sage, es gibt die eine gute Mutter, dann tue ich ja so, als wäre das immer eine mit den gleichen Eigenschaften. Und jetzt steht aber der eine da und sagt, nee, die Mama, die muss den ganzen Tag da sein, damit die immer abfangen kann, wenn die Kinder ein Problem haben. Und die anderen sagen, nee, eine gute Mutter sollte ihrem Kind schon ein eigenständiges, selbstständiges Leben vorleben. Ach so, meinst du das? Ja, gut, okay. Ja, und dann kann man sagen, hey, die ist im Elternbeirat, die engagiert sich voll. Und der andere sagt, ey, meine Mutter nervt so, die mischt überall mit. Nicht mal in der Schule habe ich Ruhe. Ich übertreibe vielleicht? Nein, ich übertreibe nicht. Ja, aber weißt du, in dem Moment, wo wir anfangen, uns zu vergleichen, tun wir ja so, als ob es dieses eine Ideal gibt. Und in dem Moment, wo wir kapieren, nee, es gibt mein Ideal, für mich, ganz individuell, es gibt ein Bild, an dem ich mich messe, wird es schon ein bisschen einfacher, weil ich nicht allen anderen unterstelle, dass die jetzt mit dem gleichen Maßstab auf mich gucken und mich daran messen und mich beurteilen. Ein Teil von mir versteht, was du sagst, der Rest hat gerade einen Knoten im Kopf. Weil? Wo hängt's? Wie sind wir jetzt von dem einen Satz dahin gekommen? Keine Ahnung. Siehst du? Und du erzählst noch, wir sind strukturiert. Na, wir haben angefangen bei eine gute Mutter sollte und dann Folgepfeil, der Satz ist an sich schon schwachsinnig, weil der impliziert, dass es nur ein Bild gäbe. Und das tut's nicht. Ja, gut, okay. Ja? Ja? Aber die Sätze sind ja trotzdem da. Genau. Und darum geht's ja heute, dass diese Sätze da sind und was machen. Ja, genau. Ja, die lösen was aus. Ja, meistens Schuld, oder? Dass ich mich irgendwie blöd fühle, weil ich diesen Anspruch jetzt nicht gerecht geworden bin. Na, entweder Schuld, oder Zweifel, oder Minderwertigkeit, oder Überforderung, oder, oder. Können wir gucken. Also, ihr Lieben, ihr könnt das auch wirklich gerne mitmachen. Wenn jetzt die Mutterrolle für euch zu weit weg ist, macht das mit Tochter oder Sohn oder mit Partner oder Partnerin. Ja, und guckt erst mal, ein guter Partner sollte, muss, darf nicht, Punkt, Punkt, Punkt und schreibt mal zehn Minuten lang unzensiert auf, was kommt. Okay. Ja? Weil dann habt ihr eine Grundlage und dann könnt ihr hinterher die späteren Schritte, die noch kommen, auch mal mit durchgehen. Wird lustig. Aber lassen wir unsere lieben HörerInnen erst mal teilhaben, was so kam in der Gruppe. Ja, genau. Ich hab jetzt gedacht, du hast es nicht gelesen. Schade, du kennst das schon. Na, ich hab's jetzt nicht die ganze Zeit verfolgt. Also, ich hab nur gelesen, dass du's reingeschrieben hast und hab dann für mich geguckt, okay, was kommt bei mir als allererstes. Hab dann so ein paar Kommentare gelesen und war seitdem nicht mehr online. Also, keine Angst, ich hab nicht alles gelesen. Ja, es ist wahrscheinlich eh zu viel, um alles vorzulesen. Wir greifen so ein paar Sachen raus. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ihr Lieben, wäre es tatsächlich cool, an dieser Stelle den Podcast erst mal zu pausieren, euch hinzusetzen und wirklich mal zumindest so fünf bis zehn Stichpunkte aufzuschreiben. Dass man so seine eigenen Sachen da mal hat. Weil das echt spannend ist. Ich meine, ihr könnt jetzt auch weiter zuhören und mal gucken, wo ihr nickt. Weil das meiste von dem, was da kam, hat wenig mit reflektiertem Nachdenken zu tun. Ich kenne ja nun viele von denen, die da geantwortet haben. Von denen, von denen ich's weiß, die wissen, dass sie Blödsinn geschrieben haben. Die wissen, dass diese Ansprüche völlig überhöht sind. Und trotzdem ist das das Erste, was kommt. Ja, und darum geht's. Dass der erste Gedanke, der ist so schnell, auf den haben wir gar keinen Einfluss. Der ist schon da. Und dann kann ich aber im zweiten Schritt gucken, ja, vertiefe ich den jetzt, suche ich jetzt dafür Beweise oder möchte ich den vielleicht ändern. Ihr kriegt mal eine Auswahl. Passt auf. Eine gute Mutter sollte. Alles im Griff haben kam, wie gesagt, mehrfach an erster Stelle. Nie laut werden. Immer geduldig sein. Alles verzeihen können. Oh, krass. Immer für ihre Kinder da sein. Hast du ja auch gesagt. Eine gute Mutter sollte sich hinten anstellen können. Rekstrich müssen. Eine gute Mutter sollte für ihre Kinder kämpfen, darf aber kaum für sich selbst eintreten. Sollte Kindern Freiheit und Stärke geben, aber bitte von allem nicht zu viel und nicht zu wenig. Eine gute Mutter sollte, ich rate da mal runter, liebevoll, verständnisvoll, authentisch, ehrlich, herzlich, mitfühlend, humorvoll, interessiert, bescheiden, zufrieden und glücklich sein. Und zwar immer. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt meine Ergänzung auch gewesen. Und zwar bitte 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ja, du hast schließlich Kinder, also sei glücklich. Ein Ausschnitt aus der Kategorie, eine gute Mutter darf nicht. Was hast du da gesagt, wissen wir nicht mehr. Ja, genau. Gerade vergessen. Egal. Eine gute Mutter darf nicht schwächeln. In sämtlichen Varianten darf nicht schwach sein, darf keine Schwäche zeigen, darf nicht schwächeln, bla bla. Auch da wieder, eine gute Mutter darf nicht laut werden oder die Kontrolle verlieren. Eine gute Mutter darf nicht unfair sein. Darf keine Grenzen überschreiten. Mal wieder schade, dass man deinen Blick nicht sieht. Eine gute Mutter muss immer Verständnis haben. Weil die Kinder sind ja entweder noch klein oder pubertär oder oder. Eine gute Mutter muss alles unter einen Hut bekommen und darf nicht versagen. Eine gute Mutter, das fand ich nett, muss immer Bock auf ihre Kinder haben. Eine gute Mutter muss alle Situationen annehmen können und ihr Leben danach ausrichten. Krass. Sagst du was oder soll ich die Pausen rausschneiden? Du hältst dir Luft an. Sagst du das? Ja, ja. Das macht es so eng. Das ist so krass. Also, ähm. Ne, pass auf, geht weiter. Eine gute Mutter sollte Job und Kind unter einen Hut bekommen und in beiden Bereichen 100% geben. Eine gute Mutter, ne, warte mal, eine berufstätige Mutter, mach mal da weiter. Eine berufstätige Mutter muss alles schaffen, soll Geld verdienen, aber ihre Kinder weder abschieben noch vernachlässigen. Eine berufstätige Mutter darf die Arbeit nicht mit nach Hause bringen, auch nicht im Kopf. Sie stellt das Wohl der Familie ganz nach oben, ist immer für Beruf und Familie gleichermaßen da und sollte mehr Leistung bringen als andere. Alter Schwede. Das war ein Ausschnitt aus den spontanen Antworten von Leuten, die sich da durchaus schon mal Gedanken zugemacht haben. Faszinierend, ne? Was in unseren Köpfen so klebt. Ja, jetzt würde ich total gerne wissen, was so in euren ZuhörerInnen-Köpfen losgeht. Sehr schade, dass wir uns da gerade nicht live drüber unterhalten können. Ja, voll. Weil ich sage das nochmal dazu. Das heißt nicht, dass alle, die das beantwortet haben, so in der Form das auch unterschreiben werden. Also die meisten von denen hauen das raus, schütteln sich und denken, oh Gott, nee, ist nicht so. Naja, klar. Aber es ist spannend, wie sehr es noch wirkt, also wie es noch da ist. Ja, und wir messen uns an dem Unbewussten. Jetzt lass uns mal eins raussuchen und das ein bisschen konkreter durchgehen. Wo hast denn du so gezuckt? Das war bei dem, alle Situationen annehmen können und ihr Leben danach ausrichten, oder? Ja. Ja, du zuckst wieder. Ja. Und da ist es der zweite Teil, der mich so krass zucken lässt. Also alle Situationen annehmen, das ist noch so, hm, aber dann mein Leben danach ausrichten, da kriege ich Schnappatmung beim drüber nachdenken. Also ich merke da, wie krass mein Körper reagiert. Das ist Wahnsinn gerade. Das ist eine hervorragende Überleitung, weil wir euch daran erklären können, wie man mit so einem Gedanken umgehen könnte. Und der Satz ist ganz cool, weil alle Situationen annehmen können und das Leben danach ausrichten, das könnte jetzt auch ein Gedanke sein, der in einem Jobthema aufkommt. Oder in einer Partnerschaft. Ja. Oder wenn es um das Verhältnis zu den Eltern geht oder so. Ja, wir haben das halt, ja, bei Mutter, aber der ist jetzt sehr variabel in vielen Lebensbereichen. Also ihr Lieben, ein Schritt nach dem anderen. Es geht erstmal darum, naja, erste Hürde ist, sich selber überhaupt zuhören zu können. Also zu wissen, was habe ich denn im Kopf, was denke ich denn? Das ist natürlich am allereinfachsten mit Fragen. Also wenn man eine Frage hat und dann spontan eine Antwort gibt, dann siehst du ja schon, was war dein erster Gedanke dazu. Ah ja, okay. Ja, deswegen haben wir das in der Form auch so in dieser Facebook-Gruppe gemacht. Weil das leichter ist, als sich beim eigenen Denken zuzuhören zu verurteilen. Was habe ich denn nachgegrübelt? Was beschäftigt mich denn gerade? Und da dann einen Satz rauszusuchen. Das ist das Ziel, da hinzukommen, sich selber beim Denken zuhören zu können und zu sagen, Moment, der Gedanke löst jetzt was aus, den gucke ich mir mal an. Zum Anfangen ist es wirklich einfacher, sich fragen und dann die entsprechenden Antworten rauszusuchen. Und dann auch aufzuschreiben? Immer. Okay. Das wird einfacher. Also irgendwann kann man das im Kopf tatsächlich über die eigenen Gedanken nachdenken und zu einem Ergebnis kommen. Wenn man sich damit am Anfang beschäftigt oder wenn man sehr gründlich sein möchte, immer aufschreiben. Weil wir wissen schon nicht mehr, was du dir vor zwei Minuten rausgesucht hast. Also unser Hirn ist da echt schnell zu… Das zu umschiffen dann wieder? Ja, vor allem, wenn es unangenehme Sachen sind. Ja, okay. Ja, und wenn du dann ein Wort drehst, ist schon wieder ein anderer Inhalt. Also bitte aufschreiben. Unzensiert. Ja, ja. Wir haben das in mehreren Folgen schon gesagt. Wir nennen das hier praxisintern immer erstmal Inventur machen. Das heißt, ihr nehmt euch ein Thema vor und schreibt mal wirklich unzensiert runter, was kommt. Das muss weder politisch korrekt noch besonders nett oder höflich sein. Auch nicht korrekt geschrieben. Gut. Und jetzt haben wir so einen Satz. Ja, und dann ist der erste Punkt, dass man diesen Realitätscheck macht, den Nadja so schön beschrieben hat. Du versuchst, dich zu erinnern? Ich versuche mich an den Satz zu erinnern wieder und bin jetzt quasi schon bei… also versuche gedanklich schon diesen Schritt zu machen. Okay. Eine gute Mutter muss alle Situationen annehmen können und ihr Leben danach ausrichten. Was da nicht steht, was aber mitgedacht ist, ist immer. Ne? Diese Zwanghaftigkeit da drin. So, ja, stimmt das. Muss das eine gute Mutter? Der erste Impuls ist… ja. Wo steht das? In welchem Stein ist das gemeißelt? In welchem Gesetz steht das? Im Handbuch der guten Mutter. Was von wem geschrieben ist? Ja, ja, ich weiß schon. Es gibt Handbücher der guten Mutter aus der Nazizeit, die sind echt ganz besonders angenehm. Also, Realitätscheck heißt, ist das die hundertprozentige Wahrheit? Ist das ein Fakt, den du nachprüfen könntest? Also, wo ich sagen kann, das steht irgendwo wirklich schwarz auf weiß geschrieben, dass das so sein muss? Oder… Nee, ist das beweisbar? Oder das denken alle Menschen auf dieser Welt oder… Weil es stehen auch Sachen schwarz auf weiß in der Bild-Zeitung geschrieben und da, naja, lassen wir das. Nur weil es irgendwo geschrieben steht, ich frage das so ketzerisch, ne, hier steht das in einem Gesetz oder so. Aber tatsächlich geht es darum, ist das ein beweisbarer Fakt? Sowas wie Wasser ist nass. Ja, ist es, kann ich testen. Können hundert Wissenschaftler unabhängig voneinander nachprüfen. Ist so. Sowas meinst du. Ja, gut, okay. Hm? Ja? Du kannst auch einen sehr viel banaleren Alltagscheck machen und guck dir doch mal alle Mütter an, die du kennst. Hm. Wie viele von denen würdest du sagen, ja, die machen ihren Job ganz gut als Mama? Alle. Und wie viele von denen können alle Situationen immer annehmen und richten dann ihr Leben danach aus? Keine. Mhm. Also entweder stimmt der Satz nicht oder du kennst keine guten Mamas. Das stimmt nicht, ich kenne nur gute Mamas. Ja, okay. Wir gucken wirklich erstmal immer, stimmt das denn? Wir haben uns jetzt einen relativ abstrakten Satz rausgesucht, weil du da so schön körperlich reagiert hast. In Nadjas Geschichte war das zum Beispiel diese Sockengeschichte. Meine Kinder haben Löcher in den Socken. Oh Gott, ich schlechte Mutter, achte nicht darauf, die Verwahrlosen. Und dann der kurze Realismuscheck, ist ein Loch in einem Strumpf tatsächlich ein Beweis dafür, dass ich meine Kinder vernachlässige? Und dann hat Nadja relativ schnell gemerkt, die sind gesund, die sind wohlgenährt, die bewegen sich, die schlafen, die sind angemessen angezogen, also Temperatur angemessen. Ja, und sie sind halt mit Socken draußen rumgerannt und haben jetzt ein Loch. Aber diese Schlussfolgerung, die der Kopf automatisch zieht, ha, wusste ich es doch, du hast es nicht drauf, könnte man überprüfen. Ja, ich glaube, das geht jetzt an dem Beispiel von Nadja ein bisschen einfacher als das, was wir uns jetzt, glaube ich, rausgepickt haben. Ja, auch so die Sätze von vorher, eine gute Mutter muss immer geduldig sein. Na, wie realistisch ist denn das? Das kann niemand. Es gibt keine Person, die in jedem Lebensbereich immer geduldig ist. Es gibt auch keine Mutter, die immer geduldig ist. Einfach, weil es unmenschlich ist. Spätestens, wenn du übermüdet bist oder überreizt, wird das mit der Geduld ein bisschen schwieriger. Okay. Also Punkt eins, Realitätscheck. Unbedingt. Punkt zwei, was löst dieser Gedanke aus? Wenn du den denkst in dem Moment, wie reagierst du? Und das kann man schön auf verschiedenen Ebenen angucken. Wie reagierst du emotional oder wie reagierst du körperlich? Das sind zum Beispiel zwei so Punkte. Und deswegen haben wir uns ja den Satz rausgesucht, weil du sichtbar körperlich reagiert hast. Ich wiederhole nochmal, eine gute Mutter muss alle Situationen annehmen können und ihr Leben danach ausrichten. Und es ist sichtbar, dass du sofort die Luft anhältst. Abgefahren. Ja, das funktioniert auch immer wieder. Also mega spannend auch. Also für mich selber auch mega spannend. Der verliert nichts an seiner Kraft, obwohl du ihn ja jetzt schon gefühlt fünfmal wiederholt hast. Wo man sagen könnte, naja gut, so langsam sollte ich... Jetzt weiß ich, was kommt. Genau, jetzt weiß ich ja, was kommt. Und immer wenn dann dieser Nachsatz kommt, dann macht es so... Also dann zieht sich bei mir der ganze Körper zusammen. Ich merke das richtig krass, wie das so eng wird im Brustkorb, mir wirklich die Luft weg bleibt, gefühlt. Ja, ich kriege richtig Schnappatmung. Also ich merke das auch beim Reden so. Ich kriege richtig Schnappatmung. Ich kann gar nicht richtig tief einatmen und entspannt sein, sondern es ist sofort, der ganze Körper ist unter Spannung. Ihr Lieben, wenn ihr da guckt, wenn ihr einen bestimmten Gedanken habt und dann mal versucht wahrzunehmen, wie wirkt sich dieser Gedanke aus? Das heißt, was ist die Antwort eures Körpers auf diesen Gedanken? Jetzt hast du ein sehr gutes Körpergefühl, weil du das geübt hast. Sollte euch dieser Zugang schwerfallen, weil der so ungewohnt ist, macht das Bodyscan-mäßig. Also guckt von unten nach oben oder andersrum, wo tut sich was. Atem ist immer eine gute Möglichkeit, mal zu gucken, atmet ihr noch oder haltet ihr die Luft an? Wenn ihr weiter atmet, atmet ihr sehr flach, also nur noch im oberen Bereich oder fließt es bis in den Bauch? Habt ihr die Zähne zusammengebissen? Was machen die Schultern? Weil du hast wirklich auch die Schultern so hochgezogen gerade, ne? Sind die Hände locker oder angespannt? Merkt ihr was im Bauch? Im Brustbereich steckt oft Druck und Enge, wie du es gesagt hast. Habt ihr die Knie durchgedrückt? All sowas verändert sich euer Stand, die Gewichtsverlagerung. Also man kann das üben, wahrzunehmen, was ist die Antwort des Körpers auf einen bestimmten Gedanken? Eine Ebene. Das Zweite, wie reagierst du emotional? Was sind die emotionalen Gefühle, nicht die Körperempfindungen, sondern die Gefühle, wenn du hörst? Ich werde den noch 17 Mal wiederholen, siehf nicht. Eine gute Mutter muss alle Situationen annehmen können und ihr Leben danach ausrichten. Muss erst wieder atmen. Stress, also das Erste ist so Stress, oh Gott, wie, also da fliegen mir dann schon tausend Dinge durch den Kopf, die ich jetzt alle organisieren muss, damit das so funktioniert. Also ich muss die Kinder gut anziehen, ich muss das, ich muss das, ich muss das. Also es ist eine gefühlte, riesen To-Do-Liste in meinem Kopf, die ich abarbeiten muss und ich darf dabei nichts vergessen und das ist Stress pur. Und wenn ich da so ein bisschen tiefer reingucke, kommt da mega viel Panik, weil was ist, wenn ich das nicht schaffe? Spannend. Ja, und wenn ich dann drüber nachdenke, warum mir das Panik macht, ja, dann kommen als nächstes die Tränen, weil, was passiert mit den Kindern, wenn ich es nicht auf die Kette kriege? Also wenn ich nicht funktioniere und wenn ich das nicht mache und nicht das immer im Blick habe alles, was ist dann mit den Kindern? Was passiert dann? Dann sterben die. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere von euch, das wäre weit hergeholt, ich schwöre euch, ist es nicht, weil wenn wir so Sachen durchgehen, ich zögere, weil natürlich bist du nicht repräsentativ, weil du das schon eine Million Mal gemacht hast, solche Gedanken überprüfen und der Zugang ist halt freigelegt. Also du musst nicht mehr hier Stein für Stein wegschaufeln, um zu gucken, was passiert dann, sondern der Gang ist schon frei. Das ist aber ganz oft tatsächlich so, wenn wir irgendwelche Gedanken haben, die uns massiv beeinträchtigen, dass wenn wir da die Kette lang laufen und uns lang hangeln, am Ende irgendwie zu existenziellen Sachen kommen. Eine gute Mutter darf nie laut werden, darf nie die Kontrolle verlieren. Ja, was passiert denn sonst? Wenn sie laut wird, die Kontrolle verliert, dann schreit die Kinder an, dann haut sie zu, dann passiert was noch Schlimmeres. Also wir hangeln uns so lang und am Ende steht was Heftiges, was Existenzielles. Oder eine gute Mutter sollte nie Grenzen überschreiten oder muss alles unter einen Hut bekommen. Da steckt immer dahinter, oh Gott, was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Ja, genau. Im harmloseren Fall, also so im zweiten, dritten Kettenglied, wenn wir uns lang hangeln, kommt da vielleicht noch, naja, aber was denken dann die anderen Leute? Und auch das, wenn wir das nochmal vertiefen, am Ende bist du ausgeschlossen, weil dich alle für unfähig halten, keiner was mit dir zu tun haben will. Die Kinder werden gemobbt. Das Jugendamt kommt. Ich bin ja echt gespannt auf eure Rückmeldungen, weil vielleicht kommt es euch übertrieben vor. Aber wenn ihr lang genug guckt oder euch mal da länger drüber unterhaltet, ich schwöre, ihr landet bei ganz vielen Punkten, nicht bei jedem, aber bei ganz vielen, bei existenziellen Sachen. Also jetzt haben wir einen Satz, der ja noch nicht mal von dir kam, ne? Das war ja wirklich die Antwort von jemandem aus der Gruppe. So. Wir wissen, wie du körperlich reagierst und wir wissen, wie du emotional reagierst. Spannend auch immer, in dem Moment, wenn du denkst, eine gute Mutter muss alle Situationen annehmen können und ihr Leben danach ausrichten, wie gehst du mit dir selber um? Naja, da ist nicht viel Platz für mich selber. Also weil ich bin ja nur im Außen, ich gucke ja nur im Außen die ganze Zeit, wie geht es den Kindern, wie geht es der Familie. Da ist gar nicht viel Raum für mich jetzt als Person, als wenn ich jetzt sage, ich bin Sophie und ich bin ja Sophie die Mutter und die Freundin und die Tochter und ich bin ja Sophie einfach nur für mich, dann ist da sehr wenig Raum für mich selber. Also Raum auch im Sinne von Zeit und mich selber wahrnehmen, mir Zeit für mich zu nehmen. Also das war ja bei Nadja auch, das hat sie ja schon auch mal gesagt, dass sie gesagt hat, das braucht sie schon auch für sich. Ja, ist auch wirklich ein wiederholtes Elternproblem, zumindest mit sehr jungen Kindern, wo dann keine Zeit bleibt, mittendrin mal was zu essen oder mal aufs Klo zu gehen oder mal durchzuatmen oder zu sagen, so Kinder, jetzt brauchen wir zehn Minuten, wo ich mal runterfahre. Ja, weil ja der Anspruch ist, erst das Wohl der anderen, dann irgendwann vielleicht ich. Das ist echt weit verbreitet und gerade bei Neumuddys mit jungen Kindern ist es für ganz, ganz viele, nicht für alle, für viele ist es eine Herausforderung, dann wirklich zu sagen, so und jetzt hole ich mir Hilfe und schlafe mal. Oder jetzt nutze ich mal die Auszeit und mache mal eine Runde Sport oder gehe eine Runde spazieren oder lese ein Buch oder sitze da und gucke blöd an die Wand. Ja, nicht weil es tatsächlich nicht geht, weil die Situation ist nicht erlaubt, sondern häufig, weil wir es nicht erlauben. Also weil wir es uns selbst nicht erlauben. Ja, weil unser Anspruch, unser Gedanke mit so einer Peitsche dahinter steht und uns durchjagt. Und da sage ich jetzt uns relativ bewusst, weil ich kenne das. Ja, also das zieht heute nicht mehr zum Glück, aber gerade in den Babyphasen, ein Baby lässt man nicht alleine. In meinem Kopf war entweder ich bin da oder ich lasse das Kind alleine, dass ich mal jemanden fragen könnte, ob der eine Stunde mit dem Kinderwagen spazieren gehen kann und ich gehe schlafen, war keine Option. Weil eine gute Mutter gehört zu ihrem Kind 24 Stunden und stellt alles andere zurück. Da sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, da ist kein Platz mehr. Das ist allerdings auch nur eine Variante, das ist jetzt für euch wichtig. Wir zwei gehen das jetzt durch, das heißt, ihr kriegt jetzt Sophies persönliche Reaktion zu hören. Das kann genauso gut sein, dass ihr da völlig anders reagiert. Wenn ich frage, wie reagierst du denn auf diesen Satz, wie gehst du mit dir selber um, kann auch sein, ungeduldig, wenig liebevoll. Ich werde sehr streng, sehr hart, ich treibe mich an oder ich mache mich runter. Ja, ja, klar. Das ist wirklich individuell, also guckt da auf euch selber. Wir machen das jetzt mal so beispielhaft, damit ihr eine Idee habt, wie es laufen könnte. Wie gehst du denn mit anderen um? Also wie würdest du in dem Moment, wenn du diesen Satz glaubst und denkst, deine Umgebung behandeln? Ich kenne mich schon sehr gut in Stresssituationen nicht nett. Also wenn ich richtig fett unter Stress stehe und sehr unreflektiert dann bin, ich wäre da echt pampig. Also zu allen um mich herum, ich wäre da sehr forsch, sehr auch so ein bisschen von oben herab. Also dann will ich, dass es nach meiner Pfeife tanzt, weil nur dann habe ich das Gefühl, ich habe es unter Kontrolle und ich schaffe es in der Zeit, wie ich das mir vorgenommen habe, weil Zeit ist ja hier, geht nicht. Also ich merke das ja schon auch jetzt, wie ich rede. Ja, ja. Also das wird um einiges ernster gerade. Ja, also das, dann ist mit mir nicht gut Kirchenessen. Und wenn dann irgendwas ist, dann werde ich laut. Und das ist jetzt spannend, wenn wir die anderen Muttersätze damit einbeziehen, ne? Wenn jetzt eine Mama diesen Satz hat, ich muss es unter Kontrolle haben, ich muss mein Leben danach ausrichten, was jetzt ist, ich muss jetzt annehmen können, was ist. Und da steckt ja wirklich dieses Müssen drin. Und man dann reagiert wie du. Dann habe ich gegen zehn andere Sätze auch noch verstoßen in dem Moment. Weil dann kann es nämlich sein, dass du aus der Überforderung, aus dem Stress heraus laut wirst, ungeduldig. Und dann, ihr Lieben, dann sind wir schon wieder bei so einer Kette. Dann versuchst du einem Anspruch gerecht zu werden, verstößt oder verletzt zehn andere. Und dann ist selten die Folge, dass man sich hinterher tröstet und Verständnis für sich hat, sondern in der Regel kommt dann die Selbstbestrafung im Sinn von Selbstverurteilung oder Verachtung oder, ne? So, boykottierendes Verhalten. Und dann geht die Mühle von vorne los. Bis jetzt wäre es eine schwer deprimierende Folge. Dabei lassen wir es nicht stehen, sondern es kommt dann ein nächster Schritt. Es ist nur wichtig, das so auszukosten und da tatsächlich mal reinzugehen, also reingehen im Sinn von, bitte nicht schnell durchdenken und drüber wischen, sondern nehmt euch die Zeit, wenn ihr euch so einen Gedanken herausgesucht habt, wirklich zu fühlen, was macht das mit dem Körper und was löst das emotional aus? Weil nur vom Kopf wusstet ihr aber wahrscheinlich auch vorher schon, dass der Satz Blödsinn ist. Aber es ändert sich nicht. Damit wir einen Anreiz kriegen, wirklich was zu verändern, brauchen wir ein bisschen Fantasie beim nächsten Schritt. Das ist das Was-wäre-wenn-Spiel. Was wäre, wenn du diesen Satz entweder gar nicht erst denken würdest oder ihn nicht glauben müsstest? Wie würde sich das auf deinen Körper auswirken? Selbe Situation. Ja, du wirst immer noch eine gute Mama sein, aber dieser Zwang, alle Situationen annehmen zu müssen und das Leben dann danach auszurichten, ist entweder nicht da oder du winkst ihn lachend weiter. Oh, ja, ja. Also rein körperlich fühlt sich das schon mal viel entspannter an. Diese Enge ist nicht da. Ich habe auch nicht gezuckt. Ich habe jetzt mal drauf geachtet. Ich merke noch eine gewisse, also so als ob dann doch noch irgendwas kommt, wie so ein Bumerang. Also so ganz glaube ich es noch nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Das ist auch cool, dass du das jetzt so machst, also dass dir der Schritt nicht so leicht fällt wie der anderen, weil das ist das Normale. Das geht den meisten so, weil wenn man von einer Sache total überzeugt ist und dann sage ich, tu doch mal so, als würdest du das nicht glauben. Das ist schon sehr theoretisch. Deswegen sage ich auch wirklich, Fantasie, Vorstellungskraft und das Was-wäre-wenn-Spiel. Stell dir vor, du wärst in den Situationen und hättest es nicht. Ja, und jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil du ja gerade die gute Mutterrolle durchgehen sollst, ohne die Kinder dazu zu haben. Deswegen, ihr Lieben, wenn ihr das spielen wollt, entweder ihr sucht euch andere Rollen, die dann passen oder versetzt euch wirklich rein in einen bestimmten Anspruch, in einen bestimmten Moment. Also das Ideale ist, wenn man eine Situation dazu hat. Eine Alltagssituation. Ja, eine, wo du abrufen kannst, wie es abläuft. Also wie es abläuft, wenn ich den Satz denke, also in dem Moment. Ja, in welcher Situation würdest du sowas denken? Also die, die das aufgeschrieben hat, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, aber sie hat bestimmt eine Situation dazu im Kopf gehabt. Welche das ist? Keine Ahnung. Aber vermutlich, wenn wir mal das aufs letzte Jahr beziehen, zum Beispiel Corona-Homeschooling. Ja. Ja, eine gute Mutter nimmt das lächelnd an, macht's Beste draus, richtet ihr Leben danach aus und stellt alles andere zurück. Filmen. Wir müssten nicht filmen. Nee, alles gut. Es war wieder nicht so cool, als sie den Satz gesagt hat, dir Franzi. Ja. Ja, also ich vermute, dass man eine konkrete Situation dazu im Kopf hat und dann ist es sehr viel leichter, das durchzuspielen, als jetzt dieses etwas fiktive, zusammengeschusterte. Und dann, ihr Lieben, versetzt euch einmal in diese Situation mit dem Gedanken und einmal in die gleiche Situation, ohne dass ihr so einem Blödsinn glauben müsstet. Und dann spielt das Gleiche nochmal durch, wirklich wie auf einer Leinwand. Macht euch das so bildlich wie möglich und guckt mal, was würde sich verändern, wenn wir das aus dem Kopf streichen. Also in meinem Kopf ist immer dieses Bild, wenn ich einen Satz bearbeiten möchte, also überprüfen, habe ich das Bild im Kopf, wie Bart Simpson den hundertmal an die Tafel schreibt. Und beim nächsten Schritt ist es weggewischt, da ist die Tafel leer. Ich brauche das visuell. Das heißt, dadurch, dass es fiktiv ist, geht das jetzt alles ein bisschen schneller, aber du hast schon gemerkt, du zuckst nicht. Du hast, das kann ich jetzt beschreiben, weil ich dich sehe, einen viel offeneren Gesichtsausdruck, eine völlig andere Haltung. Also die Schultern sind nicht bis zu den Ohren gezogen, sondern sehr offen, du sitzt entspannter da. Wie fließt dein Atem ohne den Satz? Sehr ruhig, alles gut, ja. Merkst du einen emotionalen Unterschied? Erleichterung. Das war witzig, weil das war das Erste. So Erleichterung und so eine Ruhe und ja, so dieser Gedanke, jetzt kann ich es so machen, irgendwie, wie es für mich sich gut anfühlt. Ja. Darauf wird es auch hinauslaufen. Also, da wir heute blöderweise tatsächlich mal auf die Zeit gucken müssen, kürze ich das jetzt ein bisschen ab. Ihr Lieben, wenn ihr das macht, nehmt euch wirklich Zeit für diese beiden Schritte. Einmal, wie fühlt ihr euch mit dem Gedanken? Und das Zweite, wie fühlt ihr euch ohne den Gedanken? Oder wer wärt ihr ohne den Gedanken in den entsprechenden Situationen? Und idealerweise mit den gleichen Schritten. Was merkst du körperlich an Empfindungen? Was merkst du emotional? Wie gehst du mit dir selber um? Wie würdest du deine Umgebung behandeln? Freundliche. Ganz nett ist auch immer zu gucken, wenn du von außen auf dich gucken könntest, was hättest du denn für einen Gesichtsausdruck? Und was für eine Haltung? Das kann ich dir jetzt spiegeln, aber wenn man das selber macht, mal probieren, ob es funktioniert. Und dann haben wir in der Regel einen Unterschied. Einmal, wie fühle ich mich mit dem Gedanken? Einmal, wie fühle ich mich ohne den Gedanken? Ist in den meisten Fällen, auch da nicht immer, aber in den meisten Fällen ein deutlicher Unterschied. Und wenn ihr das so macht, wie wir das gerade durchgegangen sind, ist es ein fühlbarer Unterschied. Nicht nur ein Gedachter, sondern der Körper hat was gemerkt. Weil du sitzt ja jetzt hier durchgehend im Sessel vor einem Mikro. Es ist nichts passiert und trotzdem hat dein Körper reagiert. Und da gibt es auch psychologische Studien und Tests dazu, dass wir Regionen im Hirn haben, die gleich reagieren, wenn ich was erlebe oder wenn ich es mir ganz, ganz intensiv vorstelle. Da springen die gleichen Hirnareale an. Und das ist spannend, dass es im Gefühl gar keinen so großen Unterschied macht. Krass, gell? Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch auch an euren schönsten Urlaub erinnert. Und dahin beamt gedanklich mit Geruch und Geräuschen und was fühlt ihr da? Und was war für eine Temperatur und so weiter. Wenn ich das mit Leuten ausprobiere, so such mal deine schönste Urlaubserinnerung. Du siehst bei jedem, das Ausatmen, die Schulter gehen runter, eine augenblickliche Entspannung, obwohl sich ja auch nichts geändert hat, außer dass ich eine Erinnerung abgerufen habe. Ja, spannend. Also unser Hirn kann sowas, was sehr faszinierend ist. Und das nutzen wir, wenn wir uns mit Gedanken so auseinandersetzen, dass wir das Gefühl und den Körper, die Körperwahrnehmung mit dazu nehmen. Und wenn du jetzt einen Unterschied gespürt hast, gucken wir erst mal, gibt es denn einen Grund, um an diesem Ursprungsgedanken festzuhalten? Brauchst du den für irgendwas? Nee, also wenn ich jetzt rein nach meinem Gefühl gehe, wie es sich anfühlt mit und ohne den Gedanken, brauche ich den ums Verrecken nicht. Weil das Gefühl halt viel, viel schöner ist, quasi ohne den Gedanken. Ja. Und trotzdem machen wir ja nichts ohne Grund. Also wenn ihr bestimmte Gedanken überprüfen wollt, so eine gute Mutter sollte, muss, darf nicht. Da steckt ganz oft dahinter so eine Sache, wie will ich denn sein? Also so eine Wertegeschichte. Ja, eine gute Mutter sollte nie ungeduldig sein, da steckt letztendlich dahinter, ich möchte gerne geduldig und liebevoll mit meinen Kindern umgehen. Oder was du vorhin gesagt hast, boah, wenn ich die Situation nicht annehme, nicht im Griff habe, mich nicht danach ausrichte, dann verliere ich die Kontrolle und es passiert etwas ganz Schlimmes. Dann geht es da um Sicherheit. Dann hast du diesen Gedanken, um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Dann kann man nur gucken, funktioniert das denn? Also wird das, was du willst, mit dem Satz erreicht? Wahrscheinlich nicht. Nee, weil wer so unter Druck steht, kann ja gar nicht aufmerksam sein. Also du bist ja mehr mit dir und deinem Kopfkino beschäftigt, als mit der realen Umgebung. Ich finde den Schritt ganz sinnvoll, um nochmal zu gucken, brauchst du diesen Ursprungsgedanken? Gibt der dir irgendwas, was du nicht loslassen willst? Weil, wenn wir mal kurz von dem Mutterding weggehen, so Ansprüche an sich selber, keine Ahnung, ich sollte das und das machen. Manchmal steckt da auch dahinter, ich brauche das als Motivation. Wenn ich den Druck, der das auslöst, weglasse, vielleicht kriege ich dann meinen Arsch nicht mehr hoch. Hm, stimmt. Vielleicht muss ich jetzt selber streng und fies zu mir sein, weil ich Angst habe, dass ich mich sonst nicht bewege und ich muss mich so motivieren. Da ist dann auch wieder die Frage, ginge das nicht anders? Könntest du dich nicht mit ein bisschen mehr Freude motivieren? Ist jetzt sehr abstrakt wieder, ist das mehr mit Beispielen leichter? Ich möchte nun jetzt nicht in jedem Satz zu einem anderen Gedanken hüpfen. Ja, das wird dann schwierig. Sonst ist es, ja genau, sonst ist es schwierig zu folgen. Ich wiederhole nochmal, also wir haben jetzt geguckt, erstmal Realitätscheck. Von dem Satz, den ihr euch rausgesucht habt, guckt mal, wie realistisch ist denn das? Wie viele Fakten stecken da drin? Und wenn es nur Meinung ist, okay, dann könnte man das theoretisch anders sehen, lasst es uns überprüfen. Wie fühlt ihr euch mit dem Satz? Wie fühlt ihr euch ohne den Satz? Was steckt dahinter? Und dann, großer Punkt zum Schluss, wenn du gerade entschieden hast, ohne diesen Gedanken ist es erleichternder und schöner. Dann brauchen wir eine Alternative, weil wir alten Gewohnheitstiere sehr, sehr viele Gedanken immer wieder regelmäßig denken. Das heißt nicht, dass wir es jedes Mal merken, aber wie viele zigtausend Gedanken haben wir am Tag? Viele, mehrere, zehntausend. Nicht jeden kriegen wir bewusst mit. Ich glaube eher weniger. Das heißt, dieser Anspruch, dieser Gedanke, der wird immer wieder auftauchen. Okay. Das lässt sich auch im ersten Moment gar nicht verhindern, dass du bestimmte Sachen immer wieder hast. Ja. Und dann, ich habe das vor Jahren mal, ich glaube ein Bleep war das, vor Ewigkeiten gelesen, das fand ich so ein cooles Bild. Die haben gesagt, dass unsere Gedanken so über diese Synapsenautobahnen im Hirn rauschen und das, was ganz oft wiederholt wird, das ist wie so eine fette, ausgebaute, mehrspurige Autobahn. Die ist gut befahrbar. Ja. Das ist ganz einfach, da drüber zu rauschen. Und wenn du sagst, ich möchte aber jetzt diesen Gedanken nicht mehr verfolgen, sondern ich will da abbiegen, ich möchte was anderes denken, dann ist das wie wenn du von der Autobahn runterfährst und dann aber erstmal mit der Machete so einen kleinen Feldweg freihauen musst. Ja. Da ist noch nichts. Du brauchst eine neue Synapse, eine neue Verbindung im Hirn. Ja. Und es ist natürlich viel einfacher, über die Autobahn zu rauschen, als dir da was Neues anzulegen. Ah. Also es ist quasi im Alltag erstmal viel einfacher, wenn ich jetzt den Gedanken mal als Autobahn nehme quasi, diese Autobahn wieder lang zu rauschen, was der alte Gedanke ist, also der, den wir jetzt gerade überprüft haben. Genau. Es ist immer einfacher, einer bekannten Gewohnheit zu folgen, als was Neues zu machen. Mhm. Wie kann ich dann abbiegen? Ja, das wäre jetzt quasi der letzte Schritt. Wir haben einen Gedanken genommen, haben den überprüft, haben geguckt, oh ja, der macht was, der löst tatsächlich was aus, was nicht cool ist, was keinen Spaß macht. Ja. Der Feldweg, das Abbiegen wäre jetzt ein Alternativgedanke. Aha. Okay. Der wie aussieht? Das ist die große Frage und das ist auch sehr tragisch, dass wir euch dazu jetzt nicht die eine Anleitung geben können, weil das individuell, ja, ich mag den Ausdruck nicht so, aber weil es sich stimmig anfühlen muss. Weil man da seine eigenen Worte finden muss. Du kannst da jemand anderem nichts in den Mund legen. Bei sowas wie eine gute Mutter sollte alle Situationen annehmen können und ihr Leben danach ausrichten, da stecken jetzt auch so viele Sachen dran. Weil mir würde schon eine gute Mutter muss Druck machen. Also ich würde schon an dem Punkt aussteigen. dann alle Situationen annehmen können und dann das Leben danach ausrichten. Also das ist ganz schön viel Druck in einem Satz. Für mich drei Baustellen. Ja. Das heißt, ich würde mir wahrscheinlich drei Alternativen dazu überlegen. Ja. Erarbeiten. Diese Methode, die wir jetzt durchgegangen sind, die ist von Byron Katie. Buchtipp verlinke ich euch und heißt The Work. Und die gute Frau hat gewusst, warum sie das Ding die Arbeit nennt und nicht das Spiel oder so. Weil es ist wirklich erst mal Arbeit. Aber das lohnt sich, weil stell dir mal vor, du hast diese ganzen Situationen, in denen du jetzt denkst, ich muss es annehmen können und ich muss mein Leben danach ausrichten, ohne den Druck, ohne den Stress, ohne das Zucken. Also das lohnt sich, sich da mal eine Viertelstunde hinzusetzen und das schriftlich durchzugehen. Alternativsätze, die ich sinnvoll finde, beginnen oft mit, ich erlaube mir oder ich darf lernen das. Hm. Ja. So was. Also ich muss alle Situationen annehmen können. Das Erste, was ich spontan im Kopf habe, ist, ich öffne mich für Lösungen. Aber das ist halt jetzt mein Hirn. Ja. Was wäre bei dir das Erste an Alternative? Na, ich habe noch keine so richtige, die ich ausformulieren kann, aber ich habe gemerkt, dass ich diese Formulierung, ich darf lernen, gut fand. Also vielleicht, ich darf lernen, Situationen anzunehmen. Also, weil ich finde ja, eine Situation anzunehmen, das hatten wir ja auch schon in verschiedenen Erklärbeerfolgen, das ist ja sinnvoll, eine Situation anzunehmen. Also so richtig ehrlich anzunehmen, also nicht hinzunehmen und nicht, ja, ja. Weißt du, so? Eine Voll. Also deswegen wäre jetzt für mich … Und Annahme geht schon nicht. Genau. Also deswegen wäre jetzt für mich, für diesen ersten Teil des Satzes, ich darf lernen, Situationen anzunehmen. Das fände ich jetzt so für mich eine gute Formulierung. Mhm. Und das kann man wirklich total variieren, das ist sehr, sehr individuell auch von der Wortwahl, was passt. Ich könnte da jetzt auch einbauen, ich erlaube mir auf eine sanfte Art zu lernen, Situationen anzunehmen. Oder ich darf üben in meinem Tempo oder so, ja. Ja. Statt, ich muss Situationen annehmen, ich darf mir Unterstützung holen. Hm. Ja, das wäre ja auch eine Option. Ja, aber deswegen meine ich, das ist total individuell. Deswegen habe ich auch gezögert bis zur Folge, keine Ahnung, 57 oder wo wir jetzt sind, ob ich diese Methode so vorstelle. Weil ich finde The Work von Byron Katie einen absoluten Schlüssel. Ich arbeite damit in der Praxis ganz, ganz viel. Weil das wirklich, das ist für mich, das klingt sehr pathetisch, aber das ist ein absoluter Weg zur Freiheit. Freiheit im Kopf. Mhm. Ist auch in der Theorie ganz simpel, weil das sind wirklich diese Schritte, die wir jetzt gemacht haben nach Schema F, das ist immer der gleiche Ablauf. Aber gerade zum Schluss, wo es dann darum geht, diesen Gedanken mal umzukehren oder mal einen Alternativgedanken zu finden, das ist alleine gar nicht so einfach. Deswegen habe ich gezögert, ne, wenn ich sage, wir geben euch jetzt eine Methode, aber das Ende könnte schwierig sein. Idealerweise, das Allerbeste ist, man sucht sich jemanden, mit dem man das zusammen übt. Ich habe jetzt gerade an die Facebook-Gruppe gedacht. Also vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der in der Gruppe ist und den Podcast hört und vielleicht jetzt Zettel und Stift nimmt und sagt, boah, ich habe jetzt hier so einen Satz, jetzt probiere ich das mal aus. Und dann könnte man ja diese Gruppe nutzen, um nach Alternativsätzen vielleicht auch ein bisschen zu rumzufragen, weil das ist ja auch ein bisschen, ich habe für mich selber irgendwann gemerkt, manchmal hilft es mir quasi mal rumzufragen, ja, wie würdest du das denn machen, um für mich meine Version dann rauszufiltern aus diesen verschiedenen Ideen. Absolut. Und es ist wie immer Übung, das wird leichter. Also wenn man sich mal 10, 20 Sätze umformuliert hat, weiß man schon, wie man tickt und in welche Richtung es geht. Weil dieses ich erlaube mir, das ist jetzt sowas, ich merke sofort, wie ich ausatme und entspanne. Weil ich muss nichts mehr, sondern ich darf. Das ist für mich ein totaler Unterschied. Ja. Aber das ist halt das, was bei mir funktioniert. Oder eben dieses ich lerne, weil ich da den Zeitdruck rausnehme. Ja. Aber da gibt es tausend Möglichkeiten und deswegen eine Facebook-Gruppe finde ich eine schöne Idee. Das könnten wir auch selber nochmal anstupsen. Ja, oder ihr sucht euch halt vor Ort jemanden. Es gibt ein, also es gibt mehrere Bücher von Byron Katie natürlich. Die zwei, die ich gerne empfehle, sind zum einen das Grundlagenbuch, das heißt Lieben, was ist. Es gibt es auch als Hörbuch. Ganz nett gelesen auch. Und da wird das, was wir jetzt in der Stunde gemacht haben, nochmal sehr viel ausführlicher erklärt, dass oft eben gar nicht die Situation oder der Alltag oder wie Byron Katie es nennt, die Geschichte drumherum das Problem ist, sondern unsere Gedanken darüber, unsere Einstellung, unsere Bewertung. Also in dem heutigen Beispiel, dieser gute Mutterkatalog im Hirn, würden wir die Mutterrolle Leben unvoreingenommener, wäre es oft leichter, als uns an so einem Maßstab, abzuarbeiten, den wir im Kopf haben, wie wir sein sollten. Und das zweite Buch, was ich schon wegen des Titels liebe, heißt, Wer wäre ich ohne mein Drama? Und da kann man so ein bisschen voyeurmäßig zugucken oder zulesen, wie Byron Katie mit 15 verschiedenen Leuten mit völlig unterschiedlichen Geschichten und Themen diese Methode anwendet. Ach cool, das kenne ich noch gar nicht. Echt nicht? Das ist witzig einfach. Ja, weil es ist jetzt nicht so ein Sachbuch und man muss das jetzt groß lernen, sondern man erlebt die Methode. Bei mir funktioniert das oft einfacher. So, ich gucke zu. Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Ich gucke zu, ich lerne durch zugucken. Es gibt aber auch eine Homepage dazu natürlich. Es gibt eine Menge Videos, wo das angewendet wird. Und ich schwärme da. Ich kenne diese Methode jetzt bestimmt seit 20 Jahren. Und die hat nichts an ihrem Reiz verloren. Es ist Arbeit. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Es ist aber jede Minute, die man investiert, absolut wert. Und Nadja kennt das. Nadja hat da schon ganz viel mitgearbeitet. Deswegen kann die sich auch im Podcast setzen und sagen, hey, das und das und das ist einfacher geworden. Weil natürlich ist ihr bewusst, dass sie aus einer großen Luxussituation redet. Wenn sie so sagt, hey, mein Haus und mein Pool und die drei Kinder und mein toller Job ist alles supi. Aber selbst diese tolle Umgebung, was sie sich geschaffen hat, weil ich weiß, woher sie kommt, das war echt auch schon anders, führt ja nicht dazu, dass er jetzt permanent die Sonne aus dem Arsch scheint und alles leicht ist. Sondern die hat trotz dieser tollen Außensituation diese Zweifel und diese Ansprüche und diese Strenge mit sich. Und dass sie das jetzt so erzählen kann, wie sie es getan hat, dass sie dann Sachen bleiben lassen kann und so. Da hat sie viel mit dieser Art Gedanken zu überprüfen gearbeitet und auch wirklich, muss ich das jetzt putzen? Realitätscheck, was passiert, wenn ich es nicht tue, wenn ich das jetzt an dieser Stelle stehen lasse und was anderes mache? Geht da die Welt unter? Stirbt jemand? Fällt mir ein Bein ab? Nein, Realitätscheck, es passiert nichts. Wie fühle ich mich, wenn ich denke, ich muss das jetzt machen? Und wie würde ich mich fühlen, wenn ich den Gedanken jetzt nicht glauben müsste? Und zur Autobahn nochmal zurück. Wie gesagt, dieser alte Gedanke, der, der so viel Druck und Stress macht, das ist die Gewohnheit. Der wird wiederkommen. Nur weil ihr das einmal mit Zettel und Stift bearbeitet habt, ist der leider nicht weg. Der wird wiederkommen und zwar hartnäckig. Und je disziplinierter ihr abbiegt, wenn ihr es denn bemerkt, dass er wieder da ist, umso schneller verrottet die Autobahn und wird aus dem Feldweg eine neue Straße. Weil abgebaut wird, was nicht mehr gebraucht wird. Und das, was stark befahren ist, wird ausgebaut. Also ist das, wie du vorhin gefragt hast, was machen wir denn jetzt? Das Abbiegen. Das heißt, im Alltag, jedes Mal, wenn ihr merkt, ihr habt wieder einen alten Gedanken, der ungünstig ist und erinnert euch an die Alternative, macht euch so ein innerliches Stopp, Abbiegen. Also die Leute, mit denen ich hier arbeite, die das fleißig machen, kriegen immer die Empfehlung, kauft euch so ein kleines Heft, wie so ein Vokabelheft oder so was Kleines und schreibt euch nur die Alternativsätze rein. Nur die neuen. Die neuen Sätze. Also nur dieses, ich erlaube mir, ich darf, ich darf lernen, bla bla. Die in so ein kleines Heftchen, das in die Tasche und bei Gelegenheit immer mal wieder durchblättern, um das aufzufrischen. Ja, ja, das ist auch eine gute Idee. Und noch ein zweiter dringender Tipp, macht bitte nicht zu viele auf einmal. Weil wir haben ja jetzt zum Beispiel in dieser Facebook-Gruppe eine Riesenvorlage an Mütter setzen. Man könnte sich jetzt ein Wochenende hinsetzen und das mit allen durchgehen, aber ihr werdet das im Alltag nicht parat haben. Also ich würde sagen, nie mehr als zwei oder drei Zeit gleich bearbeiten, damit ihr im Alltag abbiegen könnt. Wenn das zu viel auf einmal sind, könnt ihr es nicht umsetzen. Ja, dann scheitert es quasi an der Umsetzung. Genau, dann habt ihr es zwar schön mit Zettel und Stift gemacht und habt euch in dem Moment wahrscheinlich auch besser gefühlt. Aber wenn ihr im Alltag dann die gleiche Scheiße wie vorher denkt, nützt es nichts. Dann war es nett, verändert aber nichts dauerhaft. Also die Umsetzung ist tatsächlich jedes Mal wieder abbiegen, wenn man es denn merkt. Und da nochmal, auch wenn wir das jetzt schon zehnmal hatten zum Schluss, die Wiederholung, das ist jetzt nicht auf das Mütterthema bezogen. Ja, wenn ich im Alltag ständige Eifersuchtsgedanken habe oder in der Arbeit ständig denke, ich sollte schneller sein, ich sollte kompetenter sein, alle anderen machen es besser. Das sind genauso Gedanken, wo es sich absolut lohnt, das mal zu überprüfen, mal zu gucken, was löst es aus. Und die kann ich dann mit der gleichen Methode durcharbeiten. Es ist immer dasselbe. Also nimm dir einen Satz raus, schreib den auf, mach den Realitätscheck, ist der wahr? Ist das ein Fakt? Wie realistisch ist denn das? Und wenn du merkst, vermutlich, vielleicht eventuell, möglicherweise ist es doch nur eine These, nur eine Interpretation oder eine Meinung, dann guck, was löst dieser Gedanke aus? Das ist emotional, körperlich, im Umgang mit dir und anderen. Wer wärst du ohne den Gedanken? Warum brauchst du den? Also brauchst du noch? Manchmal kann es sein, du überprüft es und sagst, nee, ich brauche den aber. Ja, dann behalten und dann hast du halt weiter, zuckst du halt weiter zusammen. Passiert ja auch nichts von, geht ja trotzdem. Und das habe ich vorhin gemeint mit, bei mir geht das schon los mit, ich sollte eine gute Mutter sein, kriege ich schon Anspannung, Schnappatmung. Ja, weil, frag zehn Leute, was eine gute Mutter ist oder was sie tun und lassen sollte, du kriegst 20 Antworten. Ja. Also das ist schon so, ich muss jetzt richtig machen, oh Gott. Und selbst wenn ich mich nur auf mich beziehe und ich muss meine gute Mutter Ansprüche erfüllen, ja vergiss es. Weil wir haben ja mal gestartet in dem Podcast, in der letzten Runde, die Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft. Und meine Ansprüche auch nach zwölf Jahren Praxis sind immer noch, ich sollte am Wochenende zu Hause die Zeit mit meinen Kindern verbringen und ich sollte meine Seminare machen. Ja, jetzt hat das Wochenende nur zwei Tage. Und deine Seminare sind hauptsächlich am Wochenende, das muss man jetzt dazu sagen. Alle. Diese Ansprüche, die ich da habe, die sind nicht vereinbar und wenn ich mich auf den Kopf stelle, es geht einfach nicht. Es geht nicht. Es ist wie, ich sollte vorwärts und rückwärts laufen gleichzeitig, es geht nicht. Und dann zu sagen, okay, ich hänge mich jetzt nicht hundert und ein Mal an dem gleichen Satz auf, sondern ich gucke, ob ich mein Denken verändern kann. Ja. Es ist Übung, es ist Arbeit, es lohnt sich tausendprozentig. Und das ist jetzt eine Methode, eine Form Gedanken zu überprüfen. Es gibt natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten. Die machen wir nicht mehr heute, aber ihr wisst Bescheid. Dringende Empfehlung geht in den Austausch. Das muss jetzt nicht die Facebook-Gruppe sein, wer kein Facebook hat oder das da nicht machen will. Aber vielleicht schnappt ihr euch ein, zwei Leute und sagt, hey, ich habe da was gehört, ich will das gerne mal ausprobieren. Ja, das glaube ich ganz gut. Und ich bilde mir ein, ich war lange nicht auf der Homepage, aber es gab es zumindest mal auf dieser The Work Homepage gibt es auch Arbeitsblätter zum Ausfüllen, die man sich ausdrucken kann und wo man so ein bisschen Anleitung kriegt. Cool. Also ich habe die für mich erweitert in der Praxis, da sind noch zwei, drei kleine Schritte mehr drauf. Aber zum Einstieg ist es super. Und es gibt inzwischen auch The Work Karten und alles Mögliche. Also ich gucke mal, was ich so habe und verlinke. Wollte gerade sagen, das können wir ja dann verlinken. Yep. Gut. Fragen? Ne, mein Hirn ist voll gerade. Die Luft steht auch im Raum, ne? Als hätten wir ganz viel gearbeitet. Ja, dann lassen wir es dabei erst mal. Ich bin total gespannt, wie es euch damit geht. Also ich meine, die, die wir kennen, die den Podcast hören, die kennen auch die Methode, weil es wirklich zur Praxisgrundausstattung gehört. Aber falls es für euch neu war, würde ich mich total freuen, wenn ihr Lust habt auf Feedback, was euch dazu so einfällt, wie es euch damit geht. Ja, sehr gerne. Vielleicht auch, wo die Schwierigkeiten sind oder welche Erfolge ihr damit feiert. Sehr gerne. Lasst uns teilhaben. Bitte. Wie immer könnt ihr schreiben, entweder an post.franziska-ibanoff.de oder Nachrichten über Facebook oder Instagram, die Profile der Mutmachgespräche. Dann, Feierabend. Ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Zwei Folgen gibt es noch vor der Sommerpause. Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.